Und das tut man dann auch rein? Alles. Alles. Okay. Gut. Das sieht interessant aus. Ich bin mal sehr gespannt. Das ist ja was, was wir noch niemals gegessen haben, ne? Chicken. Ja. Pig. Pig? Ja, Pigskin. Ah, Pigskin. Ah, Schweine. Ja, ja, ja. Meine Haut. Ja, ja. Fisch. Ja. Beef. Okay. Ja, Fisch. Ah, Fisch. Ja, Fisch. Ja, okay. Toff. Toff. Tofflust. We try. Englisch, no speak. Okay. Lesbisch wie Englisch. Trees, Seen. Das ist das Besondere hier. Das ist irgendwie, soweit ich verstanden habe, hat er gesagt Pigskin. Ich glaube, das ist jetzt die größte Herausforderung. Und? Es ist hart, ziemlich wabbelig. Also es ist nicht, also der Geschmack ist eigentlich hart und die Konsistenz ist nicht so direkt mein Geschmack. Aberasen ist nicht so direkt Normal und so ab. Man 위ch